so hat auch nichts gebracht hier wo sind die waffen hin und wir haben kein panzer und keine wachen auf die wir losgehen können dann gehen wir mal über die brücke vielleicht finden wir ein irgendeine wache müsste doch jetzt kommen wird das ein spaß sein das ist komplett leer gerade was los steig auf wir suchen jetzt irgendwelche leute kein einziger mpc gerade ich mein fährt ich würde sagen wir holen uns im panzer ich verstehe es gerade gar nicht wie soll ich jetzt auf panzer 4 kriegen wenn niemand da ist keine wache kein gar nichts hier auch niemand sind die alle ne wisst du wirst bevor wir uns jetzt in panzer holen wir machen folgendes ja genau das drauf gehen können wir jetzt nicht bringen wir den oder können wir hier irgendwie level neu starten lege ich den einfach um dann können wir mission noch mal neu starten die hat es wirklich erbärmlich und kontrollpunkt neu laden alles klar dann würde ich sagen wir reiten mit dem erstmal panzer holen ja wir wollen den panzer ich jetzt aber was war das denn gerade für ein bug dass der dass sie gar keine npcs mehr waren jetzt sind da wieder welche da sieht man daran aber wir holen uns jetzt ein panzer bis level 4 die fahndung ob der panzer danach kaputt geht oder nicht ist mir egal das ist ja nicht so schlimm war immerhin dann auf level 4 wenn wir uns hocharbeiten hochmetzeln und der baut dann hoffentlich im panzer kein scheiß läuft uns auch nicht davon da haben wir die brücke so außer das pferd ist das auch gleich schon am arsch aber da wird reichen bis hierhin so steigen mitkommen anzeigen steigen ja da ist er am stein okay dann kommt da kommst du einfach so mit ich wünsche ich hätte jetzt in baden um spannende musik zu machen wir kommen gleich eh an den baden vorbei vom tor dort dann soll der auch uns hinterher laufen da haben wir den da haben wir den so und jetzt showtime und ne wir nehmen ne ne etwas was mehr nach pampo klingt ne 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 Oder das. Wir nehmen wieder unseren Song. Okay, ist runter. Hier, alle aus dem Weg. Was ist mit dem? Wie läuft der denn? Oder? Oh, ne, hier ist die falsche Brücke, aber egal. Hä? 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 Wie läuft der? Du 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 So, davon kommt schon die erste wache. Ja. Okay. Mach ich mich nicht kaputt. Jetzt können wir loslegen. Hey. So, gleich müssen wir Warnung Level 3 haben. Ja. Und dann auch 4 schaffen. Hier zum eisernen Signal. So. Ja. Hier runter gleich. Und trifft den. So, ihr zwei hinterher. Ja. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Da kommt der nächste. So, P.A. haben wir jetzt. Komm, schalt den aus und den da auch. So, gleich haben wir. Ja, jetzt haben wir P.A. müssen wir halt genug reichen. So, der muss aber auch gleich. So, ja, hier geblieben. So, ja, hier geblieben. So, ja, hier. So, ja, hier kommen. So, ja, ich zünd das Ding schon an. Haben wir P.A. So, ja, hier. Ja, ja, ja. Wo ist die Fackel hin? Scheiße. Ja, ja, ja. Wo ist die Fackel hin? Ja, ja, ja. Ich brauch die Fackel wieder. Wo ist die hin? Und da ist Leben. Das ist keine Fackel. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja. Ja, hör von du Idiot. ja das war es mit unserer ja komm machen wir jetzt weg ein machen wir weg wie muss ich mehr schaffen? boah du bist so ein idiot, weißt du? nein nein oh nö was soll denn der Mist ok neuer versuch neuer versuch noch einmal panzer holen den idioten ich hasse diesen idioten steig ein und level 3 ey ja steig auf komm steig auf hier geht es nicht weiter unten rum ja hast du verdient boah wie unnötig ist denn mit seinen bewegungen der ist richtig unnötig der typ so viel scheiß macht er einfach so unnötig so steig auf steig auf aber dann machen wir die wo sind wir? hä wo sind die? hä? sind die hier gelandet? hier ist ne bugruine hier ist ne bugruine waren wir schon mal hier? ja komm da rüber genau 3 hufe so so jetzt ganz schnell hier runter da rüber panzer holen mit dem deppen da rüber fahren scheiß baum äh und diesmal ganz vorsichtig sein und erst wenn wir an der burgmauer sind da äh ich würde auch sagen vielleicht auch das ding eben mal schnell holen ja so und hier komm geil pack ein ich weiß wie das geht komm hier nochmal hä? warum dreht er sich jetzt? muss man nicht verstehen so und du kommst mit du mitkommen so ein idiot ey kommt der jetzt? ich glaube dass die dümmste KI die wir hier bisher gesehen hatten der wir hier begegnet sind läuft ganz komisch äh macht sein eigenes ding da vollkommen entfernt von der quest was man machen muss und es ist seine quest im grunde keine aufgabe wir müssen ja das hier machen und dann fahrungslevel 3 dann eins runter und dann wieder auf fahrungslevel 4 was ist das mit dem? oh der ist der ist ein richtiger aufreger ey geh mir nicht auf den Sack geh mir nicht auf den Sack komm komm okay nach oben ja jetzt haben wir Mist gebaut zu viel die machen mir jetzt den Panzer kaputt aber weh die machen mir jetzt den die machen sie mir kaputt noch bevor ich da an der Burg bin ey die machen sie mir kaputt noch bevor ich da an der Burg bin ey warte mal warte mal dann hier runter langsam nicht kaputt machen und du schneller so wo sind wir jetzt genau hier noch rein da müssen wir hin da sind wir gerne so viel ballern wie wir wollen aber jetzt will ich erst mal den panzer in sicherheit dort gelangen und dass sie mir ja muss auch herkommt ja jetzt steck mir jetzt wieso richtig richtig hier sind nur noch geradeaus gut du mitkommen hier geblieben ja 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 ich hoffe nicht wo sind wir jetzt ah da ist schon der tor ok gut das ist es so da müssten die jetzt gleich kommen was ist mit dem umdrehen dahin da rein ja da rein dann müssten die jetzt gleich kommen ja da können wir alles aussteigen und schnell daher kommen haben wir ja herrkomm nö ich warte nicht auf dich schnell zum panzer zurück ja komm doch einfach was ist mit dem so die eisernen lady stellen gut haben wir es jetzt oh junge da kommt sie ähm hey mond komm vielleicht versuchst du es mit jemanden der ein wenig stärker ist du musst die eisernen lady sein wow haben wir hast genau so viele graue zellen wie haare du sollst endlich untergehen unser lange spiel findet endlich ein ende entschuldigung aber wer bist du genau honoriere ihn mach dir lieber sorgen um mich ja ich würde sagen einmal weg mit euch in meinen panzer in den panzer nö ich glaub doch nicht davon nicht schlecht aber deine treffer sind nur kratzer ergebe dich die gesamte startkaserne war darauf dich einzuholen sie hat irgendwie recht diese rüstung ist viel zu hart der captain loser irgendein rat nicht ich ich muss meinen trump benutzen los geht's halt welchen punkten ja meine augen meine augen ich bin blind was zum teil machst du ja denke ich mir auch gerade jetzt unsere frau so lass uns loslegen nur über meine leiche kommt zurück äh ich mir die fahrungswerke und schütte die vorfolger lass captain h nicht sterben fühlt sich wie ich nichts wehre nichts wehre nichts wehre nichts wehre nichts wehre warum kann ich die ausschalten wie die am füllen ist wie die am füllen ist aber die rüstung will ich haben aber die rüstung will ich haben das war er fummelt aber ist mir auch egal jetzt gerade gleich haben wir sie trotz aller widrigen hast du die anderen ledigen getötet ein zeitliches paradox was das mit mit von Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.